was war da nur los die letzten wochen und monate mit unserem magenta konfetti pink unglaublich ihr habt ihn uns regelrecht aus der hand gerissen und die bestellungen gingen gar nicht schnell genug raus wir kamen fast nicht hinterher und wir sehen ganz genau ihr liebt ihn das macht uns echt mega happy jetzt ist er mittlerweile ausverkauft das heißt aber nicht dass ihr traurig sein müsst schaut bei uns auf der homepage vorbei sucht euch eure lieblingsfarbe aus und lasst euch glücklich machen denn auch ohne konfetti ist lieblingskorb wirklich ein absolutes must have für dich in deinem alltag also such dir genau deinen style aus der perfekt zu dir passt einkaufskorb und kühlbox in einen wenn dich jetzt fragen solltest wie haben wir das hinbekommen beides miteinander zu kombinieren ganz einfach mit dem superstoff epp den kennst du wahrscheinlich sogar schon du hast du ihn in der kombination eben noch nicht gesehen das ist der grund warum lieblingskorb deine getränke nicht nur extrem lange kalt hält sondern auch dein essen wie zum beispiel eine lieblingspizza extrem lange warm hält alle anderen körbe sind ab dahin geschichte weil du nämlich nur noch einen brauchst lieblingskorb und klar war uns natürlich auch wichtig dass der stoff gut recycelbar ist und keine belastung für die umwelt darstellt einfach mal ausprobieren du hast ja nichts zu verlieren wird richtig gut auch nicht auch nicht